Hallo Petrolets, ihr wollt euer Auto verkaufen, habt aber keine Lust auf eBay Kleinanzeigen und Co. Dann lasst uns das doch in eurem Auftrag machen. Was es dafür braucht, das erzähle ich euch heute. Erstens, es muss natürlich ein Auto sein, was auch in unser Portfolio, in das Petrolets Portfolio passt. Wie zum Beispiel ein schöner Mercedes SL. Oder auch gern ein wunderschöner Masse-Car-US-Amerikaner wie dieser Dodge Dart. Besonders spezialisiert sind wir auf die BMWs der 80er und 90er Jahre, wie natürlich die E30 oder wie der 5er oder wie der 7er aus den entsprechenden Jahren. Aber natürlich könnt ihr uns auch richtige Exoten hinstellen und wir versuchen sie im Kundenauftrag zu verkaufen. Wie zum Beispiel das hier, CMC Classic Motor Carriages Destiny. Kein Mercedes, auch wenn es so aussieht. Kennt keine Sau, ist auch nicht so ganz einfach zu verkaufen. Aber keine Aufgabe ist für uns zu schwierig. Natürlich gehen aber auch modernere Fun-Cars nicht ins Portfolio passen. Junge Gebrauchte, stinknormale Alltagsfahrzeuge und Autos, die eigentlich nur zum Kilometerfressen da sind, aber keinen hohen Spaßfaktor haben. Wir reden über Fun-Cars bei Petrolets. Entscheidend ist natürlich beim Autoverkauf auch immer der Preis. Was wollt ihr dafür haben? Was können wir dafür erzielen? Das muss realistisch sein. Wenn ihr also zum Beispiel für so einen schönen 1er Golf 22.000 Euro haben wollt und es kein GTI ist, dann wird das nicht funktionieren. Weil auch wir können nicht zaubern. Realistisch? Ein schöner 2,6er Audi Youngtimer Cabrio für um die 10. Auch nicht fahrbereite Scheunenfunde machen wir sehr, sehr gerne für euch. Ziehen Sie aus der Garage, gucken Sie durch und bereiten Sie vor für den Verkauf. Wie dieser Jaguar hier. Der kostet unter 7.000 Euro. Natürlich können es auch günstigere Autos sein. Wie dieser Ersthand Corolla SI für nicht mal 5.000 Euro. Auch wichtig ist natürlich der allgemeine Zustand des Fahrzeugs. Super gerne natürlich hier authentische Fahrzeuge. Lange in Familienhand, ungeschweißt und erstlack. Das ist perfekt. Absolute Baustellen und Restaurationsobjekte sind ein Fall für die Werkstatt. Aber beim Kundenauftrag eher schwierig. Wie gesagt, Ausnahme sind Scheunenfunde. Natürlich ist auch der technische Zustand wichtig für den Verkauf des Autos. Es muss kein Einserzustand auch im Motorraum sein, wie bei dem Dodge hier. Aber es sollte schon alles funktionieren. Der Motor sollte gehen. Ansonsten wird es teuer. Nicht nur für uns, sondern auch für euch. Weil wir dann in der Werkstatt erstmal reparieren müssen. Die Autos sollen natürlich auch frisch sein. Das heißt, nicht schon Wochen und Monate lang durch alle Kleinanzeigen dieser Welt durchgeprügelt worden sein. Weil wenn ihr die dort nicht verkauft habt, werden wir sie dann auch nicht verkaufen. Und wenn das alles passt, wie ist dann die Abwicklung? Im Optimalfall kommt das Auto hierher zu uns ins Headquarter. Weil dann haben wir das Ding hier. Können es selber durchchecken. Können die Anzeige vorbereiten. Die Fotos vorbereiten. Und wenn ein Interessent kommt, können wir es ihm auch hier nach unserem Zeitplan zeigen. Unpraktisch ist, wenn das Auto bei dir 300 Kilometer weiter weg in der Garage steht und hier einer bei uns kommt und sagt, ich möchte mir das mal anschauen. Im Kundenauftrag verkaufen heißt natürlich, das Geld fließt dann auch erst an euch, wenn der Käufer bezahlt hat und das Auto abgeholt hat. Heißt also, ihr bringt uns das Auto und alle zugehörigen Papiere. Wir machen eine Vollmacht und wir kümmern uns um die komplette Abwicklung. Ihr habt nichts damit zu tun und bekommt am Ende nach erfolgreichem Verkauf das vorher vereinbarte Geld aufs Konto überwiesen oder Cash in die Hand. Entscheidende Frage für euch. Was kostet euch das? In der Regel nehmen wir 7,5 Prozent des Verkaufspreises als Provision. Es kann aber auch natürlich individuell anders geregelt werden, wenn wir uns vorher auf einen Mindestpreis für euch einigen und wir sagen, okay, das was on top machbar ist im Verkauf, bekommen wir. Ja, beides sind Möglichkeiten, das klären wir dann im Gespräch, wenn es soweit ist. Jetzt wisst ihr ungefähr, was es braucht und wie das in etwa abläuft. Natürlich machen wir das bei jedem Kunden auch ein kleines bisschen individuell, so wie es eben passt. Wenn ihr Bock darauf habt, wenn ihr ein Fahrzeug habt, was passen würde und wenn ihr jetzt Interesse habt, das über uns verkaufen zu lassen, meldet euch gerne bei uns. Für alle anderen gilt, wie immer, Benzin im Kopf, welcome petrolheads, bis dann, ciao.